Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Beim Streik legen die Mitglieder der Gewerkschaft ihre Arbeit nieder und demonstrieren. In diesem Fall für einen gerechteren Lohn, für mehr Geld. Ab hier sehen Sie den Film im Schnelldurchlauf. Im Original haben die neu und hochwertig produzierten Schulfilme eine Länge von 3 bis 10 Minuten. Die wichtigsten Aspekte jedes Themas werden speziell für den Einsatz im modernen Schulunterricht anschaulich aufbereitet. Die Inhalte entsprechen den Vorgaben der aktuellen deutschen Lehrpläne.